Meine lieben Zuschauer, als erstes und wichtigstes, ich habe gesagt, dass meiner Meinung nach Frau Harris gewinnen wird, weil ich glaube, dass bei einer engen Entscheidung eher es für Frau Harris einfacher sein wird, die Wählerschaft zu mobilisieren und das war absolut falsch. Es war das absolute Gegenteil. Herr Trump hat es tatsächlich geschafft, mehr Stimmen für sich zu gewinnen und auch in den Bereichen, die eher auch von Frau Harris gewonnen wurden. Allerdings hat sie weniger Anteile gehabt an ihrem eigentlichen Stammpublikum, wenn man das zum Beispiel mit Herrn Biden vergleicht. Und deswegen, ich lag falsch und Herr Trump hat gewonnen. Das hat mehrere Dinge zufolge. Unter anderem sehen wir, dass die Kryptomärkte steigen, wir sehen, dass der Goldpreis fällt, wir sehen, dass der Dollar besonders stark wird. Wir sehen, dass in den USA die Aktienmärkte eine absolute Rallye feiern, während in Europa es fast schon zu crashartigen Ausverkäufen kommt, während auch noch der Euro gegenüber praktisch allen Währungen abverkauft wird. Was die Situation in den USA angeht und was diese Rallye in den USA angeht, da muss ich euch sagen, zu early to call, denn es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Politik von Herrn Trump tatsächlich hilfreich für die US-amerikanische Wirtschaft sein kann. Es gibt aber auch Gründe anzunehmen, falls er das, was er in seiner Kampagne gesagt hat, auch wirklich durchsetzen will, dass das dazu führen könnte, dass es die Rallye abbremst. Nicht nur, dass gegebenenfalls die Inflation steigt, sondern weil der Dollar gerade so stark wird, dass die Rendite der 10-jährigen Anleihe eine so hohe Rendite gibt, dass es eine echte Konkurrenz wird für Aktien. Das müssen wir gesondert behandeln und da brauchen wir sehr viel Wenn und Aber. Was wir aber hier, heute und jetzt und auf dieser Stelle miteinander besprechen müssen, ist die Situation in Europa. Bevor Herr Trump gewählt wurde, hatte Europa ein großes Problem. Ich zeige euch das große Problem und das ist die Erwartungen für den Gewinn für den Eurostox 600. Ihr seht hier in Rot oder in Weiß dargestellt den Kursverlauf des Eurostox 600. Deutlicher Anstieg von 425 Punkten hoch auf 550 Punkte. Also ein Anstieg von etwa 10 Prozent. Und das innerhalb von einem Jahr. Seitdem befindet sich der Markt ja in einer bullischen Konsolidierung. In dieser Phase ist die Gewinnerwartung für den gesamten Eurostox 600 rückläufig. Das heißt, für das Jahr 2024 wurden Gewinne erwartet von 37 Euro und das war Ende 2023. Aus 37 Euro sind mittlerweile 35 Euro geworden. Also eine rückläufige Gewinnerwartung von etwa 8 Prozent. Und hier in lila dargestellt 2025. Initial erwartet 40 Euro pro Aktie Eurostox 60. Mittlerweile sind wir angekommen bei 37. Also eine rückläufige Gewinnerwartung von 10 Prozent. Es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, auf Jahresbasis wird immer noch eine Gewinnsteigerung erwartet. Also für das Jahr 2024 35 Euro pro Aktie und für das Jahr 2025 37 Euro pro Aktie. Nur schaut euch an, mit welchem massiven und steilen Verlauf hier diese Gewinnerwartung zurückkommt. Viel weniger steig für das Jahr 2024. Das Jahr ist ja auch schon fortgeschritten. Mittlerweile erwarten die Analysten nur noch einen Gewinnwachstum für das Jahr 2025. Und das ist vor der Entscheidung, dass es eine rote Welle in den USA gibt. Von 8 Prozent von diesem Jahr gegenüber dem nächsten Jahr. Das heißt, dieser Gap wird immer kleiner. Die Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre werden geringer. Nicht nur, sagt die EZB-Chefin, die Risiken sind abwärts gerichtet. Es ist gleichzeitig so, dass der internationale Währungsfonds zum Beispiel weltweit für eine Zone das geringste Wachstum erwartet. Das ist für die Eurozone. Und das bis in das Jahr 2030. Und jetzt haben wir aufgrund der Tatsache, dass die Gewinne weniger stark ausgefallen sind, die Aktien nach oben gegangen sind, alles ohnehin Trump, folgende Konstellation. Ich weiß, das ist kompliziert, was ich euch zeige. Aber ich zeige euch auch mal, womit ich mich so tagtäglich beschäftige. Es ist schwere Kost. Deswegen haben wir nicht so viele Abonnenten wie andere. Wir haben nicht so viele Klicks. Macht nichts. Das, was ihr seht, ist, in den letzten zwei Jahren war das durchschnittliche KGV für den Eurostock 614. Aktuell haben wir ein KGV von 15,5. Es gibt, was die Standardabweichung angeht, einen normalen Abstand. Wenn Aktien durchschnittlich bewertet wären, wäre der Kurs hier im Bereich von 460. Weil der Kurs aber höher steht, nämlich oberhalb von 500 steht, sind wir einfache Standardabweichung oberhalb der durchschnittlichen Bewertung. Das heißt, die durchschnittliche Bewertung wäre hier und jetzt ist es aber so, dass wir einfache Standardabweichung drüber sind. Das heißt, Aktien sind teuer. Es macht nichts, wenn Aktien teuer sind, wenn man eine Akzeleration, eine Beschleunigung, eine noch höhere Gewinnerwartung für die nächsten Monate, für die nächsten Quartale erwartet. Es ist aber aktuell das Gegenteil der Fall. Und als wäre das nicht schon genug. Als würde nicht die wichtigste europäische Wirtschaft Deutschlands stottern. Als wäre es nicht genug, dass die zweitgrößte Wirtschaft Frankreichs derzeit politische Probleme hat und auch mit möglichen Veränderungen der Steuergesetze zu tun hat. Es ist auch so, dass in Deutschland womöglich Neuwahlen anstehen und zusätzliche Unsicherheit reinkommt. Und dann, nochmal obendrauf, gibt es die rote Welle. Und der Trump hat ja gesagt, er wird nicht nur China maximal besteuern, sondern er wird alle Importe, möchte er besteuern. Auch aus Europa. Das heißt, Europa trifft praktisch ein Schwert, was zweischneidig ist. Denn, Herr Trump wird, er wird China, er wird China zusätzlich unter Druck setzen. Davon musst du ausgehen. Erstens. Wenn China zusätzlich unter Druck gesetzt wird, dann besteht die Gefahr, dass die chinesische Wirtschaft weniger stark wächst. Dass es BIP-Wachstum kosten wird. Das würde ja bedeuten, dass die Binnennachfrage in China geringer ist. Das würde ja bedeuten, dass europäische Unternehmen weniger stark in ihre Lieblingszone exportieren können, nämlich nach China. Das ist nur ein Teil des Schwerts. Falls aber tatsächlich Trump seine Kampagne wahr macht und sagt, auch Importe aus Europa müssen Zölle haben, dann bedeutet das, dass auch direkt und unmittelbar die europäische Wirtschaft betroffen ist, die besonders exportstark ist. On top Deutschland. Und deswegen haben wir zu den Problemen, die ich euch ja schon von Anfang an gezeigt habe, jetzt eine zusätzliche mögliche Problematik. Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht war das alles Kampagne. Vielleicht wird das alles gar nicht so schlimm ausfallen. Vielleicht gibt es eine Erholungsrallye. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Herr Trump America First Politik machen wird. Ich habe mir seine Rede angeguckt. Es war ein Victory Lab. Es war eine Sieger-Ehrenrunde. Er wirkte erleichtert. Er war einfach glücklich. Er hatte jetzt keine Botschaft an das werde ich machen und so weiter. Er hat sich einfach nur gefreut. Aber eine Botschaft hatte er. Ausländer, also illegale Einwanderer und America First. Und zusätzlich zu der Konstellation, und da muss ich euch jetzt Folgendes auch dazu sagen. Ich habe heute Morgen den Eurostox 50 geschottet. Zu einem Zeitpunkt, als auch meine Klienten mir gesagt haben, Kepasa Hamed, kann ich euch sagen. Der Genosse, das ist ja jetzt mein neuer Spitzname, Genosse Hamed, hatte folgende Konstellationen gesehen. Jetzt sind wir beim Technischen. Wir haben die 200-Tage-Linie. Wir haben die 20-Tage-Linie. Wir sehen über den 4-Stunden-Chart, der hat das mittlerweile gelöscht, weil er das Ziel abgearbeitet hat. Ich mache das Video zu spät. Wir haben über den 4-Stunden-Chart eine Bärenflagge gehabt, die Enfin eingezeichnet hatte. So. Mittlerweile, es wird hier mal ein Ziel eingeblendet. Jetzt wird er das Ziel abgearbeitet. Und wenn er das Ziel abarbeitet, dann löscht er diese Flagge. Wir hatten eine Bärenflagge. Also das ist der Ausverkauf, das ist die Konsolidierung. Da war er ausgebrochen und war auf der falschen Seite dieser Flagge. Wir hatten dazu eine horizontale Widerstandsmarke hier, was durchgebrochen war. Kann ich euch auch sehr gut über den Stunden-Chart zeigen, denn da sieht man nämlich auch, das ist ein Doppeltop. Und dann fällt er drauf, hält es, fällt durch und versucht das zu oberen. Jetzt wird ihr sagen, die horizontale hat ja nicht geklappt, lieber Hamed. Doch, doch. Denn wisst ihr, diese Kerze kommt um 9 Uhr morgens zustande. Zwischen 9 und 10 kommt gerne der Retail-Trader rein und handelt. Und das ist dann die Bestätigung, dass in die Stärke hinein der Institutionelle abverkauft. Das bedeutet, wir haben hier eine mehrfache Widerstandszone gehabt, die herberisch aufgelöst wurde. Dazu, nochmal von diesem Ausverkauf, auch noch die 61er Fibomarke gewesen, der hat das mittlerweile jetzt verlängert. Das heißt, mit Hilfe von Enfin haben wir gesehen, dass hier eine mehrfache Widerstandszone vorherrscht und es auch fundamental gerade für die europäischen Aktien nicht sehr gut aussieht. Jetzt muss man Folgendes sagen. Gewinnerwartung rückläufig. Die Quartalszahlen fallen alles andere als positiv aus. Wachstumszahlen sind ebenfalls sehr niedrig, was die Wirtschaft angeht. Und jetzt bekommt man noch politische Probleme. Zwischenzeitlich hat sich der Markt stark gezeigt, weil fälschlicherweise einige davon ausgegangen sind, dass die Schwäche, die beim Euro reinkommt, wie man so schön sagt, across the board, also nicht nur bei Euro-Dollar zwischenzeitlich minus 2,2%, jetzt gerade minus 1,8%, sondern egal, was du dir anguckst, Euro-Austral-Dollar zwischenzeitlich über 1%, jetzt gerade minus 0,8%. Der Euro wird gerade abverkauft, weil der Markt davon ausgeht, dass die ECTB die Zinsen massiv senken muss, um die Binnenwirtschaft zu stimulieren. Das war aber eine falsche Annahme, dass das tatsächlich eher dazu führen wird, dass Investoren reinkommen. Nein, Investoren sind jetzt deutlich und massiv verunsichert. Und wenn ich mir das jetzt technisch anschaue, dann muss ich sagen, ja, es gibt eine Unterstützung im Bereich von 4.700, das ist eine untergeordnete Unterstützung, hat bestimmt entweder über die kleinere Zeiteinheit, ja, 4.700. Und das ist die 61er Fibomarke. Das ist die letzte Bastion der Bullen. Danach muss man ganz klar sagen, geht es hier in Richtung 4.500 Punkte und in Richtung dieser ganz wichtigen 61er Fibomarke 4.400. Das bedeutet, stand jetzt, muss ich euch sagen, sehe ich einen leichteren Weg für den Euro-Stocks 10% Pullback zu machen und einen deutlich schwierigeren Weg, diese Widerstandszone bei 5.1 rauszunehmen. Der Weg nach unten ist meiner Meinung nach aktuell deutlich leichter. Und das ist der Grund, warum wir sowohl spekulativ eine Short-Position in den Markt gelegt haben, als auch eine Absicherung reingenommen haben. Das Ganze 2% höher. Jetzt gerade mit der Bewegung, die schon zustande gekommen ist, mit dem Ausverkauf, was wir gesehen haben, in der Spitze von 3,4%, sehe ich keinen Grund, in der Nähe dieser horizontalen Unterstützung additive Positionen aufzubauen. Und ich muss noch etwas anderes euch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch schon bei dem französischen Index mittlerweile unsere Linien gelöscht hat. Das konnte man auch zum Beispiel beim französischen Index sehen. Also auch von Enfin automatisiert erkannt. Ausverkauf, bärische Konsolidierung, durchgebrochen auf der falschen Seite. Und auch beim französischen Index sehen wir einen leichteren Weg nach unten. Guck mal, hier ist das Ziel für den französischen Index. Das Ziel, nur damit ihr das, was ich vorhin gesagt habe. Übrigens, wenn ihr sagt, geile Chartsoftware, geile Automatisierung. Bei uns gibt es Black Month. Ist bereits schon in vollem Gange. Geht gerne auf unsere Homepage. Nutzt 50% Preisnachlass. Nutzt Enfin Pro, wenn ihr Lust habt. Da haben wir übrigens auch für euch, zeige euch ein Beispiel. Wir haben für euch sogenannte Fokuszonen. Das heißt, Aktien, bei denen Enfin eine besonders starke Unterstützung findet, die zeichnen wir dann für euch ein. Da gibt es eine Liste, da sind jetzt keine 100 Werte drin, sondern es sind 15 Werte drin. Manche sind noch weiter weg, manche sind noch näher dran. Und da sieht man, kommt hier in diese Unterstützungszone rein und macht einen Sprung von 10%. Und Moment, das ist United Health. Das ist eine sehr konservative Aktie, die wenig Volatilität hat. Auch das ist in Enfin Pro drin. Oder wenn ihr euch für Enfin Ultra entscheidet, dann seht ihr alle unsere Trades und alle unsere Investitionen, wovon wir heute tatsächlich einiges getätigt haben. Long story short. Der Euro-Stocks-Crash, der hat meiner Meinung nach erst begonnen. Erst oberhalb dieser Widerstandszone von 5.120 haben die Beeren das Handtuch geworfen. Im Moment haben sie die Oberhand. Und lasst euch nicht täuschen, für den Fall, dass diese Schwäche erstmal wieder gekauft werden sollte, es gibt im Moment deutlich mehr Probleme und es gibt eine zu hohe Bewertung im europäischen Aktienraum. Wir brauchen erstmal den Pullback. Ich hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Ich hoffe, dass die eine Minute, die ich auch über unser Produkt gesprochen habe, weil ich unser Produkt großartig finde. Wir haben eigentlich als YouTube-Kanal ein Produkt entwickelt und konkurrieren jetzt mit Unternehmen weltweit. Und wir stecken unser Geld gerne, sehr gerne in die Qualität rein und weniger in Marketing. Und dafür habe ich euch, ich glaube 15 Minuten hoffentlich, sehr hilfreichen Content geliefert. Däumchen, ist ein Träumchen. Abonnement. Ich sage immer, abonnieren geht über studieren und hoffe, dass das für euch wirklich hilfreich gewesen ist. Gehabt euch wohl, bis bald.